Und Felix, bist du jetzt hier? Das ist hier im Seehafen Wismar, ne? Ja. Und was ist da hinten? Guck mal, da liegt so viel Holz. Was ist da? Kann das sein, dass die hier Zahnstöcher produzieren und das ganze Holz dafür sammeln? Und dann schleifen sie die ganzen Baumstämme nur ein bisschen ab. Irgendwann werden das Zahnstöcher, kann das sein? Nee, das ist aber nicht so. Das ist richtiges Bauholz wahrscheinlich. Da bauen die irgendwann Möbel draus. Tische, Schränke und Betten und so weiter. Auch so ein Bett wie du hast, das ist bestimmt auch mal aus dem Holz gebaut worden. Gleich sogar aus dem, was hier mal gelegen hat. Ja, interessant, ne? Was ist hier noch zu sehen? Zeig mal. Oh, ein altes Schiff. Naja, so alt ist das nicht. Das ist nur ein bisschen rostig. Muss mal entrostet werden, neu gestrichen werden. Das lebt wahrscheinlich gerade was ein. Was wohl? Ich vermute, Kekse. Ja, das ist ein Kekstransporter. Noch einer. Das glaube ich vielleicht doch nicht, weil so rostige Kekse möchte ja keiner essen, ne? Deswegen, das wird irgendwas anderes sein. Ich? Nee, ich esse das auch nicht. Na gut, lassen wir die mal in Ruhe weiterladen und abfahren, ne? Über die großen Weltmeere. Wir gehen weiter.